Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns heute hier am Feldenmeer im Lautertal. Wir sind schon ganz früh hier und ich möchte euch hier heute eine kleine Sporteinheit wieder zeigen, was man hier so alles machen kann. Es ist wunderschön mitten im Wald und man kann es auch mit der Familie als Ausflugsziel nutzen. Mein Mann hat davon schon drei Videos hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anschauen und vielleicht wart ihr ja auch schon mal hier. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los, auf geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.